Es war einmal unter südlicher Sonne. Dort reiften die Valencia-Spätapfelsinen bis zu 13 Monate zu einer vollkommenen Frucht heran. Ihr Anteil ist es, der Valensiner sein natürliches Aroma und seinen vollfruchtigen Geschmack schenkt. Und wer ihn jemals probiert hat, der trinkt ihn immer wieder. Dittmeiers Valensina. Alle Jahre wieder im November werden die etwa 100 Alsterschwene Hamburgs ins Winterlager gebracht. Gestern war es soweit. Die ersten 56 der schönen Langhälse schunkelten in Stroh gepolsterten Booten zum neuen Quartier, einem Teich, damit sie bei Frost nicht verhungern. Noch aber hat uns der Winter nicht in frostigem Griff. Das liegt an der wolkenreichen und mäßig kühlen Meeresluft, die am Rande eines Hochs über Mitteleuropa einfließt. Sie bestimmt auch morgen das Wetter in Deutschland. Und das sieht dann so aus, reichlich bewölkt oder neblig trüb, im Osten und Südosten noch Nieselregen. Nachmittags dann an der Küste und im Westen allmählich Wolkenauflockerung. Die Temperaturen in Bayern um 6, sonst durchschnittlich bei 10 Grad. In Österreich gibt es in den Alpen Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1000 Meter. Sonst wird es heiter bis bewölkt, bei höchsten Werten zwischen 4 und 9 Grad. In der Schweiz unterhalb 1500 Meter Hochnebel, der sich am Mittag nur teilweise auflöst. In höheren Lagen sowie auf der Alpensüdseite scheint die Sonne. Die Temperaturen bis 7 Grad. Heute Nacht wird es im Osten und Südosten Deutschlands etwas Regen geben. Am Morgen in allen drei Ländern verbreitet Nebel und Tiefstwerte bei plus 4 bis minus 2 Grad. Am Anfang gab es Mann und Frau. Magst du Apfelsaft trinken? Und beide waren gleich. Bis auf eins. Jungen werden vorne nass und Mädchen in der Mitte. Für Windeln, die da keinen Unterschied machten, waren das gleich zwei Probleme. Doch jetzt gibt es die neue Ultraluffs für Mädchen und die neue Ultraluffs für Jungen. Beide haben eine neu entwickelte Ultrasaugzone. Vorne für Jungen und in der Mitte für Mädchen. Dort, wo es am meisten nass wird. So kann die neue Ultrasaugzone die Nässe bei beiden besser binden. Und deshalb kann durch die neue Ultraluffs kaum was auslaufen. Sie sind neu. Ultraluffs für Mädchen und Ultraluffs für Jungen. Großer Auslaufschutz für den kleinen Unterschied. So ein Spiel geht ganz schön auf die Knochen. Und damit die Knochen stabil genug werden, brauchen die Kinder rechtzeitig viel Calcium. Gut, Calcium. Aber was heißt rechtzeitig? Schon während dieser Zeit. Und große Kinder? Wie kriege ich Calcium da rein? Genauso wie ich. Mit was zu trinken? Ja, aber mit was Besonderem. Hier, Valensina plus Calcium. Valensina plus Calcium? Ist das neu? Ja, weil Calcium ist unheimlich wichtig für Kinder im Wachstum. Hoffentlich schmeckt es denen auch. Wart's ab. Mein Lieblingsvalensina. Gewonnen. Neu mit körperaufbauendem Calcium. Neu mit körperaufbauendem Calcium. Dittmeiers Valensina plus Calcium. Heute für ein ganzes Leben. Steh auf, wenn das Leben macht Spaß. Wenn du wieder Power brauchst, nimm dir einen Mast. Bleib cool und geh da ganz locker ran. Mach mein Mobil. Mach mein Sport und Spiel. Beliebt, aktiv und immer fit. Du schmeckst die guten Säcken in jedem Mast. Und die Energie nimm's einfach mit. Mach mein Mobil. Mach mein Sport und Spiel. Was du auch tust, mach mein Sport und Spiel. Wo ist die Bifi? Hey, wo ist die Bifi? Leg dich mal der Hunger an. Da! Oh, oh. Da! Mach's und warte, Bifi, her. Schnell, die Bifi. Mach's und warte, Bifi, her. Oh, yeah. Bifi muss mit. Ich kann das mit dem Mast. Das ist Alphonse. Er ist berühmt für seine Baguette. Wir fragen ihn, was er von Iglo Bisto Baguette hält, denn wir meinen, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Mit köstlichem Käse, knackigem Brokkoli und als einzigen mit echten Salamischeiben belegt. Wir müssen sagen, sein Gast war beeindruckt. Alphonse übrigens auch. Iglo? Iglo. Bisto Baguette. Baguette, wie sie sein sollen. Es lebt, somit, zu junger Art. Du, Mami, wie alt wird unser Paolo wohl werden? Oh, er wird sicher sehr, sehr alt werden. Die Latz-Ernährungsforschung sorgt dafür, dass Katzen lange leben. In Latzi-Katz sind alle wichtigen Lebensbausteine, wie Vitamine und Lecithin für glänzendes Fell. Katzen fressen Latzi-Katz für ihr Leben gern. Paul, das hat dir geschmeckt, hm? Latzi-Katz. Latz und Liebe lassen Tiere lange leben. Hallo, ich bin der Chefkoch von Butaris. Was? Sie kennen Butaris noch nicht? Na, dann schauen Sie mal her, was man damit alles machen kann. Braten, backen, kochen und frittieren. Wie köstlich. Und das alles mit feinem Buttergeschmack. Butaris Butterschmalz. Bestes aus Butter. Die Pionierleistung von hervorragenden Ingenieuren und einem der größten Entwicklungskomputer der Welt. Der neue Opel Vectra. Und weil im Computer härter getestet wird als im Leben, konnten Fahrwerk, Karosserie und Motor wieder und wieder verbessert werden. Der neue Opel Vectra. Die intelligente Lösung. Der Leifheit Rollenhalter. Immer parat. Der einzige mit stets griffbereiten Folien. Der Leifheit. Ideen muss man haben. Es gibt ganz wenige Dinge auf der Welt, denen man einfach nicht widerstehen kann. Zum Beispiel tafelfertige Suppen von Sonnenwassermann. Sonnenwassermann. Immer wieder ein Genuss. Mein Mann ist Zahnarzt. Deshalb kenne ich mich mit Zahnweißpräparaten aus. Etwas Besseres als Perlweiß habe ich nicht gefunden. Perlweiß, das Schönheitszahnweiß, entfernt jeden Zahnbelag. Perlweiß ist eben wirklich ein Spezialkosmetikum. Und dabei ganz sanft. Perlweiß, das Schönheitszahnweiß. Und für starke Raucher das atemfrische Gel Perlweiß Extra. So werden Zähne viel, viel weißer. Ah! Algemarienduschen. Das natürlichste Erlebnis, das man hautnah spürt. Na, dann wollen wir mal wieder, Clara. Diese Kinder. Das ist aber eine schwierige Aufgabe. Aber doch nicht für Arta frisch und sauber. Das macht gründlich sauber. Und tut den empfindlichen Oberflächen nichts. Toll. Die Formel für meine Mathearbeit. Die ist jawohl. Ja, das war doch ganz einfach. Atta von Haus aus gründlich. So oder so.